Das Bökelbergstadion war ein Fußballstadion der Deutschen Fußball-Bundesliga. Es war bis zum Ende der Bundesliga-Saison 2003-04 die Heimspielstätte des Vereins Borussia Mönchengladbach. Geschichte 1914 erwarb Borussia Mönchengladbach ein Gelände an der Bökelstraße auf 61 Meter Ü. N. N. Die geplanten Arbeiten am Stadion konnten jedoch nicht mehr begonnen werden, da der Erste Weltkrieg ausbrach. Allerdings wurden die Arbeiten am Stadion schon 1919 wieder aufgenommen. Zu dieser Zeit hieß der Platz noch die Lekul, da das Gelände vorher eine Kiesgrube gewesen war. Am 20. September 1919 wurde das Stadion dann unter dem Namen Westdeutsches Stadion eingeweiht. Während des Zweiten Weltkrieges wurden große Teile zerstört. 1952 begann man mit dem Wiederaufbau und Ausbau, allerdings konnten die ehrgeizigen Pläne nicht umgesetzt werden. Da Borussia Mönchengladbach als Eigentümer bei der Stadt so hohe Schulden hatte, dass das Stadion 1956 der Stadt überlassen werden musste. Erst 1960 veränderte sich die Situation, als die Borussia den DFB-Pokal gewann und die Stadt danach in die Spielstätte investierte. Das Stadion bekam 32.000 Plätze, die meisten davon Stehplätze. Seit dieser Zeit wurde das Stadion Bökelberg-Stadion genannt. Die Namensgebung geht auf Wilhelm August Hurtmanns einen Autor der Rheinischen Post zurück, der mit dem Bökelberg ein Synonym für das Stadion an der Bökelstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Eiken erschuf. Umbau Im Jahr 1962 gab es einen ersten kompletten Umbau im Bökelberg-Stadion. Drei Seiten wurden dabei mit festen Rängen gebaut, während die Osttribüne erstmal eine Stahlrohrtribüne bekam. Im Frühjahr 1966 bekam die bisherige Westtribüne eine Überdachung und im August erhielt der Bökelberg auch eine Flutlichtanlage. Im Herbst 1969 begannen erste Planungen für einen Ausbau des Ostwolls, der aus einer Erdweilkonstruktion im Februar 1972 eingeweiht wurde. Im Jahre 1978 wurde die bisherige Haupttribüne komplett abgerissen und neu gebaut. Die neue Tribüne war doppelstückig und hing mit einer Seilverspannung an zwei neun-acht-eckigen Stahlplattenmasten. Das bisherige alte Stadion-Dach schaffte es 1982 ins Guinness Buch der Rekorde als einziges käufliches Stadion-Dach. Im Oktober 1978 waren die Arbeiten planmäßig abgeschlossen und die Tribüne wurde mit ihren 8722 Sitzplätzen eingeweiht. Ein kompletter Umbau des Stadions scheiterte Anfang der 90er am Widerstand der Anwohner. Der Umbau der Haupttribüne im Jahr 1978 war übrigens der letzte Ausbau im Bökelberg-Stadion. Die letzten Jahre, man musste nach Alternativen suchen und fand diese schließlich im Nordpark in Mönchengladbach, wo zwischen 2002 und 2004 an einem neuen Stadion für die Borussia gebaut wurde. Am 22. Mai 2004 fand das letzte Bundesligaspiel im Bökelberg-Stadion statt. Borussia besiegte dabei den TSV 1860 München mit 3 zu 1. Das letzte Tor in einem Bundesligaspiel im Bökelberg-Stadion erzielte Arie van Lent. Genau ein Jahr später, am 22. Mai 2005, fand das letzte Fußballspiel überhaupt im Bökelberg-Stadion statt. Die U23 Borussia besiegte in einem Meisterschaftsspiel der Oberliga Nordrhein den Bonner SC mit 5 zu 0. Das letzte Tor erzielte René Schnitzler in der 86. Minute. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde das im Nordpark gelegene neue Stadion auf den Namen Stadion im Borussia-Park getauft. Abriss und heutige Situation Ab Dezember 2005 wurde das Bökelberg-Stadion abgerissen. Zuerst wurde alles weggerissen, was schnell abgerissen werden konnte. Die Sprengung der Haupttribüne am 7. März 2006 scheiterte zunächst. Man versuchte, die beiden Füße der achteckigen Masten so zu sprengen, dass diese etwa 4 Meter absacken und das Dach mit sich ziehen. Nachdem die Halteseile manuell durchtrennt worden waren, fiel die Tribüne dann um 15.22 Uhr mit einigen Stunden Verspätung. Am Vormittag des 2. August 2006 wurde auch der letzte Flutlichtmast ohne Probleme gekippt und fiel wie geplant in die Mitte des Stadions. Inzwischen wurde auf dem ehemaligen Gelände des Stadions eine Wohnsiedlung angelegt. Dabei sind die Terrassen der ehemaligen Nord- und Südkurve sowie die der Haupttribüne erhalten geblieben und mittlerweile als öffentlicher Grünzug in das umgebende Wohngebiet integriert. Die frühere Stadionstruktur ist noch gut zu erkennen. Eine geplante Gedenkstätte soll hier einmal an die glorreiche Zeit des Bökelbergs erinnern. Punkt, 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 Siehe auch, Büchsenwurfspiel.